hallo liebe zuschauer wie geht es wie stets wir sind hier in einem ganz mysteriösen ort und zwar im roten reich ich habe jetzt fünfmal im gelben reich gefunden und dann wollte ich jetzt die zweite quest zweite quest für die für das pferde level töte jung du musst jung vom pferde rücken aus töten steckst du hast gesagt jung aber bloß jung gibt es hier nicht nur in dem bereich habe ich gesehen im internet also auf maps nicht mehr mit den zwei wiki und da bringt daher diese auto bot da einfach alles und dann habe ich da jetzt entschieden ich suche den jetzt nicht mehr weil ich habe mit einem gm hier live chat mit dem gm geschrieben und der gm hat mir gesagt samstagabend nicht samstagabend dienstagabend ist ist immer ein event ein moment passiert mit aktivieren dass ich hier mitlesen kann einen moment wo habe ich denn hier und zwar anzeigen anzeige da doch jetzt haben wir das rein so so jetzt wieder da und zwar und zwar der gesagt neue gildenzone kommt man wohl vom nacht ist wieder an schatten schatten für alle ziele so haben wir das verstanden hat weil ich das ausgemacht dass ich den finde hier alle wieder an damit ich da war ich verrückt geworden weil ich das nicht gefunden habe aber warte mal warum ist das so dunkel ist komplett weg soll ich das laufen oder lieber so so jetzt schaue ich einmal ist ja schon ganz schön jetzt fliegen wir nämlich weg und machen unsere mission einmal habe ich fünf stück gefunden oder hatte hat er gesagt es ist gefehlt wie beim letzten mal habe ich gesagt ich versuche das noch mal und seitdem finde ich das nicht mehr das hat auch ganz ganz lange gedauert aber ich werde dass das was der gesagt hat dass der gm gesagt hat werde ich das auf jeden fall durchziehen ich steig jetzt hier einmal ab so dann fehlt es hier angriff vom film ist lung heruntergefallen oder abgestiegen deine aufgabe daher nicht erfüllt möchte das reiten lernen das mache ich denn wieder wenn ich eventuell live bin oder 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 weil ich mich noch mal hilf oder gleich oder ich mache das beim event er sagte ja immer ab 20 uhr bis zur nächsten wartung bis zur nächsten wartung mittwochs die standard selber wartung bis dahin läuft denn dieses event damit man halt das pferd leveln kann da sind alle monster auf der zweiten der zweiten der zweiten gildenzone so habe ich das verstanden lange verwalte so jetzt immer hier wenn wir mal die sachen hier starke körper 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 so jetzt haben wir da und der schocklager nein waffen jetzt machen wir mal hier sortieren das haben wir alles aufgehoben das kohle was hier bleibt öffnet sich total so das ist hier weg so das haben wir auch weg schatz wie es bleibt das haben wir babyspinnen haben wir gefunden das auch wichtig ebis haben wir auch gefunden ach so und wir haben natürlich die mission bei den schulungen oder so gesucht habe er habe ich zweimal ach so mitgenommen habe aber hat das zeitlich nicht gepasst die tagebuchseite haben wir gefunden und zwar die tagebuchseite die tagebuchseite das ist ja auch nichts das ist auch nichts so 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 und da aber ist da so man es da da du so da da ist hier kommst du nicht in die gelden zone land der riesen schlangen fällt die zweite gelden zone aber ich muss sowieso ich will zum tal 9000 geht okay dachte ausland kostet noch mal steuer das wollen wir hier nicht mehr sehen ist das auch wieder ein netter junge so die seiten des geheimen buches brutalen hauptmann habe ich denn gefunden habe ich ihn zerlegt und dann kam die seite so für den rest des todes die schamanen brauchen tempelschalen und die tempel ihre für zeremonie für die geistigen feindsundaten beruhigen soll für die stolten dunklen oberst nur wagen tempel jetzt gehen wir in huwag tempel oban wagen tempel müsste in der mitte sein wagen tempel haben wir auch so das kommt zum verkauf das kommt sprachring es läuft so ab wo das ist alles sie wo habe ich sie aufgemacht oder gedroppt ich weiß nicht ob ich das bei der aufnahme hatte oder off stream aber das mit dem bot dann ist wirklich schwierig also auf maps zwar auf jeden fall immer gewartet und dann kam beispiel hier laufen die botter immer die ganze zeit rum und ab und zu kam er denn außerhalb wo die gebottet haben da kam denn das was ich gesucht habe level 13 erfährt das level 13 erfährt schulung oder so fünf stück da habe ich dann die ganze zeit ch gewechselt ch gewechselt ch gewechselt und dann kam der immer alle ich glaube zwei bis fünf minuten irgendwie dazwischen immer drei bis fünf minuten kam der denn ja da habe ich das gemacht aber das hat auch richtig lange gedauert und dann gehe ich mich gefreut dass ich über fünf stück erlegen konnte dann bin ich zum stahl wurschiger ne fehl so du iot sei weißt du sauer aber egal dann habe ich gesehen und dann hat er in gm geschrieben gehabt halt hallo heute abend euer zur verfügung habt ihr fragen und sowas habt ihr fragen und sowas denn und dann hatte ich da gesehen gehabt habe ich geschrieben so und so wie mache ich das wie finde ich den so wem brauchen wir ganz kleine map mission für den rest des todes die schamanen wir brauchen einen tempel schaden eine tempel lehre für eine zeremonie zeremonie die die geister gefallenen soldaten beruhigen soll töte den stolzen dunklen oberst stolzer dunkler oberst ich glaube das war dahinten und das ist mir auch aufgefallen habe ich denn mehr verteidigung wenn ich auf ein pferdchen bin mehr angriff tatsache was ist das 6 chance stelle feil angriffe auszuweichen aber verteidigung wird nicht mehr aber dex kommt und angriff kommt wie viel angriff kommt nicht xcom 50 und das verteidigung das ist rechts erhöht angriff und ausweichen ach doch stärke nicht aber hier in ihr erhöht magie angriff und verteidigung ok so oberst stolzer oberst jetzt kommen wir mal hier wo finden wir die denn an arahan fanatiker arahan arahan ich hoffe dass mein chat mit läuft und ich dich aufgehangen hat das hoffe ich natürlich nicht oberst an arahan stolzer da stolzer oberst da sind die geil 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 ey keine effekte bescheuert alle anzeigen ach ich hab alles ausgemacht ohne so glitzern und so ist kein mädchen unbekannte teils waren oberst jetzt wollen wir die mal jagen wenn es nicht hängt wegen dem bot dann 360 haben wir 700 360 700 jetzt mit pferdchen mit oberst 500 doch man haut mehr geil hey geil das ist doch beim steinschlagen viel viel geiler ich weiß nicht ob das damals auch immer war aber pferd will ich jetzt nicht damit rumeiern hier war schon zu lang oberst im moment um rituellen gegenstand zu erhalten rituelle gegenstand ich müsste noch mal nicht im shop sondern auf dem bazar nicht aber auch auf dem bazar hier für ruck will aber ich kann ja nur kann ich nur eine fertigkeit am tag oder nur ein buch nur lesen ich habe nur ein buch war das eine fertigkeit am tag wäre schlecht doch ein fein gewebte schal den mann zum beten benutzt die schamanen brauchen ein tempel schal um eine leere teils um nie geist gefallen töte den habe ich im wang tempel um diese ritualen gegenstände zu erhalten hol den tempel schal und die tempel lehre ach so ich dachte muss ich noch weitermachen oberst dass er klein tempel schal tempel lehre aber er sagt auch nicht ob ich irgendwas habe moment auf eine map richtig viele botter unterwegs sind wenn ich drücke jetzt f2 jetzt nach zwei sekunden oder so nimmt er das an aber hauen geht auch wenn ich jetzt geht auch aber potten 123 richtig spät kommt das weil der glaube ich ausgelastet ist er bringe nicht um ich brauch die braucht die guten jungen tempel lehre 1700 ich freue mich auf 1700 chan aber denn wenn ich nachher mit den steinen jagen sollte müsste ich glaube ich nichts machen wenn ich mit den steinen jagen sollte hier roteisen klinge ich habe das gekriegt 110 jagen 110 euro drum 159 euro so wo haben wir noch mal ein proberst aber ich glaube da laufen auch die ganzen spottis spottis ich habe anbrauch im tempel schalen tempel lehre ok hier ist ja alles potter es geht nicht ich habe runter ja ja na ja da ist er doch ich prob erst ich glaube ich ja mit links pferd wie viel schaden machen die denn miss 400 300 200 400 200 300 und jetzt so müssen wir natürlich die gleiche truppe haben aber egal ich mache erstmal damit die wieder damit ich hier drop ich weiß nicht ob die hier auch gleich einen schaden machen warte mal oberst da sind kämpfe arahan 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 ist da ein uberst fanatiker ne der bringt jetzt gerade alle um hier ist uberst dreimal 400 200 368 345 uberst 345 ja schaden ist ok oh nein ach ich habe ja kein links an sie wird 82 jaja starker körper ist geil ich dachte jetzt ich glaube letzte folge oder sowas starker körper ist für die leute für geringverdiener wie mich weißt du weil sie sich kein aura fb ist und sowas leisten können die einfach durch das spiel kostengünstig und hohe level erreichen will ohne genug eq und sowas starker körper mentalo das richtige verein aber ist man gut aufgestellt hat ein gutes einkommen hat man auch körperkrieg und er braucht richtig ich hole ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe glaube ich 0,1 prozent aber fährt geht gut ok ich dachte fährt ist so ein bisschen levy aber schaden ist levy kommt ein bisschen später an krieg krieg gegen die gilt krieg so habe ich jetzt ich habe rechtsklick gemacht richtig lange dauern kann ich lieber wenigstens welche mobs umbringen die schon da sind und nicht die ganze zeit c h wechseln und das ist brutale scharfrichter selber performance glaube ich lassen die auch runter dropen wenn er hier rumläuft äh da läuft er einfach berg hoch und runter geht das überhaupt also können wir selber auch darunter ich glaube nicht ne Telefoniert sich doch sowieso überhallen Wo die wollen Wo die möchten Arahant, Arahant Oberst Ey, nicht da runter gehen, man Brauch den Einer tot Brauch einen Arahant, dunkler Kämpfer Kann man den Char auf Emerald transferen? Ich glaube nicht Die wollen ja Eigentlich Geld verdienen Äh, nicht Geld verdienen, sondern Da soll der trotzdem wert bleiben Und nicht einfach Geld bezahlen Ein bisschen wenig und dann hast du den Char einfach drüben Also hier kostengünstig Den hochziehen, natürlich kann auch sein Dass man das kann, aber Wo ist denn der Oberst Ja, ein bisschen scharf Da Und jetzt einer von den beiden droppt das Gebetsteppich Nein, was war das? Gebetsteppich haben wir fürs Beten Tempelschal Tempellehre Tempelschal haben wir Tempellehre nur noch Bitte einmal ein Tempel Eine Tempellehre bitte Zum Mitnehmen Und dann können wir zu Uriel Die Seite Komm Komm, Junge Oberst Ich kann ja nicht antworten Ich weiß das nicht Ich habe da keine Anfrage Äh Ahnung Aber Einfach nö Ein Nein hätte besser gereicht habe ich jetzt noch ein nein moment moment pädchen wie sieht überhaupt eine verfassung aus hier 94 das ist geil aber also auch mal aufheben jetzt auch mal gleich runter wenn es geht ich glaube irgendwas ist passiert ich kann nicht runter siehst du er kann er kann sie kann also was hatten wir gelernt gehabt die regel wenn man was droppen möchte soll man ohne skills umbringen jedoch so ein gericht darüber glaube ich darüber gibt es ja nicht so ein gericht gibt es ja nicht im gericht darüber so jetzt bin medium pass auf ohne dann brauchen wir was das was wir brauchen mit normalen schlägen normal der mitsch ohne skill komm komm oberst lass meine theorie siehst du jang bombe 500 jahren geil jetzt noch mal oberst haben wir 700 360 ich habe noch eine fehlen noch hier ist aber kein oberst aber wir müssen natürlich auch die umbringen damit 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 auch die neuen wieder spontan keine neue keine neuen leute aber so ist langweilig war der job trotzdem nicht die seite müssen abgeben stark noch mal es ist kompliziert und schwer zu verstehen als ich dachte es wird mich schwer mich zu konzentrieren ich brauche eine pause ja hier gar keine monster mehr oberst du bist gerade gedroppt ich brauche einen tempelschal oder so tempel leere ja komm drop dead dann kann ich von der gruseligen map hier weg ja da war ein dunkler kämpfer nee der oberste o2 stück ich habe gerade eine nachricht gekriegt geil 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 wo wäre es mal schauen rechtes drop ja das nicht hier auch eine young bombe reise in die andere welt warte mal was ist das ich muss erstmal gucken was das ist schatz switch aber warte mal wie geht das denn du bist level zu niedrig ey die laufen alle vorbei aber ich habe ihn gekriegt jetzt gibt er mir jetzt gibt er mir den tempelschal tempel leere die tempel leere wir brauchen die tempel leere jungs das langweilig kommt ich zerfetzen hier überall verteilt ja muss ich nochmal draufklicken das ist dass ich den droppen kann der einmal habe ich das gehabt dass ich schon zehn stück hat und ich dachte es wird so automatisch zu zehner stack war leider nicht so wieso droppe ich nicht halbe stunde lang wieso droppe ich nicht sonst immer alle zwei minuten bedroppt so danke körper haben wir m2 aber da hat mich einmal funktioniert dass wir m3 kriegen sind auch noch ein langer weg bis wir auf g haben ey ich habe noch nie natürlich äh wie heißt das noch nie g geschafft also auf original server und dann noch seelensteine und sowas das habe ich noch nie hier geschafft so ob es so bekriegt nein ob es wir oder noch auch zerfetzen fast 49 noch eine kugel aufweist wollen und nur ein prozent die geben ordentlich 0,01 aber kratzfatz weg ich hab da nichts gemacht einschlag weg das war nicht welche welches gilt das war hier dass sie in ruhe ich brauchte ihn auch die stinger nicht ob er ist dass er das alleine mit one hit ist keiner bei kaum von den links rum weg oder erst nur von denen die vom rockteile brachenstein spieler durchsammlung warum nicht lass mich jetzt hier war es war mission bänden hier die missionen die sind am schwierigsten hier zeitaufwendigst aber so ist mit inhalt geduld und zeit das brauchen wir das bringt immer spaß langsam langsam zum ziel näher zu kommen wo wäre es das hier ist ob es richtig jetzt einfach nur was ich ob das braucht bringt er nimmt nicht rück 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 richtig spät so hier hinten am besten weil da kommt keiner ran grün ist das wind ich glaube als zweites hätte ich lieber hier schwert schlag ist gilt aber zehn mal heftige schlagen buch vergessen du hast bestimmt kohle ne lass sie nicht um wenn die doch nicht um botter mensch lass die in ruhe reicht das habe ich was gekriegt er ist alleine falsches buch wir brauchen tempel leere oder schaden gab es noch einen anderen namen der rest des todes ist obererst immer waren um diese rettüren gegensteine zu halten beide ok beide zusammen beide zusammen beide zusammen so nur diese scharf richter dann scharf richter sind die optisch scharf oder haben die eine scharfe klinge oder was ist damit gemeint ich weiß nicht ob plus gut ist oder minus gut ist also im echten leben ist plus gut minus nicht ob es so haben wir die mundfolie so kredite nicht ob er ist so kredite überhaupt an tempel leere aber wie kriege ich war der den brüner um das gehört sich nicht wenn wir den nicht umbringen oi tempel leere ein buch das detaillierte detaillierte information über den dunklen tempel enthält du hast den tempel schau und tempel leere gefunden bringe sie dem lehrer der drachen macht damit die schamanen ihr ritual für besänftigung der toten beginnen können besänftigung schnell zu uriel die ganze map wieder für euch alleine haben hier schweißen wir einfach haben keinen bock auf mich gerade ja meldet uns noch was ihn kicken hier die schweißen wir sie nur die schweißen wir schweißen wir schweißen wir schweißen wir 1000 das geht mit dix am besten weg ne roter geseng auch mehr wenn wir also leute um ihren tipp da wo die botter immer rumlaufen und irgendwelche items braucht wartet mal ein bisschen moment dann lassen sie das auch lieben was soll das giftig kosten vorgift die gibt es auch noch eine stelle ein schönes gift die die 75er 75 noch weit weit weg so in grion so in grion ortal das war damit die dings weiter anhält oder so war das nicht so dass man wenn man so eine entwicklung entwicklung wir haben wir doch unser teleporter schienen web19 kam ich immer neuen karl er verdient sich dumm und dämlich die schöne map 1 musik die habe ich vermisst uriel pferdchen schicken wir weg damit wir den alten uriel hier mal was hören können und zwar du hast die fünfte seite unglaublich was für ein glück dass diese seiten überhaupt noch existieren nach all den jahren du bist sehr tüchtig jetzt lass uns nachsehen was darin geschrieben steht die die so ist mit seiner war die so ist mit seiner retterei im reich der jo angekommen und scheint vorerst dort vorbei der weinen zu wollen und dessen regnet meteoriten auf das land nieder sie bringt chaos zerstörung und zwietracht das große reich hat sich in drei kleine reiche aufgespalten sie bekämpfen sich untereinander statt gemeinsam gegen das übel vorzugehen der drachengott spricht nicht mehr zu und der drachengott spricht nicht mehr zu uns seine unterstützung scheint mal dem einem seine unterstützung scheint scheint mal dem einen mal dem anderen reich zu gelten so bekämpfen alle um seine kunst und währenddessen bereitet sich das unheil weiter aus damit ist glaube ich gemeint durch die meteoriten meteoriten sind die reiche blau gelb blau gelb rot entstandene die bekriegen sich gegenseitig ja da hat er recht ein augenzeuge berichtet aus den anfangstagen unsere zeit ein augenzeuge berichtet aus den anfangstagen unseres zeitalters absolut unbezahlbar ach ja bezahle bezahlen hier hast du deine belohnung für diese hervorragende arbeit und noch etwas jemand anderes stellt offensichtlich die gleiche untersuchung an wie wir wir haben also keine zeit zu verlieren am ende dieser seite hier steht das liso als nächstes im spinnen dungeon nach böse energie gesucht hat wenn du dort etwas findest komm sofort zu mir ich brenne vor ungeduld ich bin dann st 1 2 millionen erfahrungspunkte 50k du hältst ein segen der magie gegen der magie ist das segen der magie nicht mehr blau allerdings glaube ich nicht voll jung war nicht hauen und nur fettchen hast du hierhin ja falsch hingepackt hier sofort da status erhöhen er geht nicht leben natürlich so real hauptfest die sechste seite uriel meint dass wir spinnen daran die weiteren von uns über die schwarze hexerei zu finden sein können vielleicht gibt es dort auch ein denkmal wie im affen dungeon zum spinnen dann schon bekommt man über die jungen wüste ich bin dann kommt man über die jungen wüste machen wir auch aber für den rest des todes können wir auch du hast in tempelschalen lehre gefunden bringen sie dem lehrer drachen macht das ist doch hier vorne doch macht genauer pferdchen in st st dungeon immer auch du scheiße das habe ich jetzt nicht gerechnet sehr gut nun können wir die toten soldaten beruhigen sie haben ihr ihr bestes gegeben also sollten sie jetzt auch in frieden ruhe lasst mich eine belohnung geben für diese diese noble tat du hältst 1,7 erfahrung 30 grad drei diamanten der herr ist bekannte entstehen schmuckstück gearbeitet so was machen die die diamanten reinpackt jetzt auch nicht nur testen jetzt sind wir 49 was soll ich anfangen den es macht das ist das meine so das haben wir auch das haben wir auch zwei missionen 49 jahre alt spinnen augen spezial octavia bastelt an einem neuen rezept dabei könnte deine hilfe gebrauch spinnen augen aber die geben wir sowieso hände können wir jetzt auch sammeln wo ist octavio aber immer octavio ort zahn schnellen ort aber jetzt müssen wir mal zwischen geschwindigkeit hier an hier rein bringen alle zehn minuten dass wir irgendwie wüsste schnell runter rennen können oder können wir direkt hin fliegen fliegen gleich schon teleportieren so 49 bevor 9 über 50 werden dieses publikum müssen wir jagdauftrag soll ich mal gucken brutale scharfrichter stärke affenwerfer samsung doch das müssen wir mal gucken ob das auch in der wüste ist denke ich in die wüste lieber rein das müssen wir wieder in ort teil hingehen so moin schenkrieg schenkrieg biologe schenkrieg ab wo du hast verzeihung gefunden wo es am besten qualität vor vier stück nur noch ort zähne so jetzt müssen wir sofort wo kann ich denn dahin hauptmann octavio handu ab ich bin auch nervig entlang frage ist auch nervig weisenkind dann los möglich wonder im selkopf waren vorkämpfer zu töten wir waren im oktale egal erstmal hauptmann hauptquests hauptquests machen wir aber biologe haben auch alarm das war für junge helden das müssen wir auch noch mal bevor ich 50 werde also jahre alt belohnung also ist zurückgekehrt ich war erfolgreich dass du versprochen haben wir denkt dran kräfte wenn du deine hilfe benötigst belohnung feines sucht wie viele braucht man noch mal ich glaube 25 war es nicht so wenn du es dir willst du dich zu schlagen fällt läuft durch das portal und du bist genau neben spinnen dungeon oh danke danke für den tipp mein bester ich danke dir so hauptmann noch mal kraft ja muss ich mal ja machen drei nach drei stunden dann wieder hin ja man muss immer bestätigen okay so gehen wir schlagen dann schon sagt der junge mann schlagen fällt schlagen fällt schlagen fällt das kriegen wir hin und nicht darum rennen so octavio wir müssen in sd das haben wir jetzt octavio war neben quest augenspezial vielleicht kochen hey wie geht's dir ich lese gerade ein kochbuch das zu mir freundlicherweise überlassen hat darin habe ich ein rezept für spinnen augenspezial gefunden das habe ich noch nie zuvor gesehen hast du es scheint und die spezialität aus fernen ländern zu handeln ich würde dieses gericht gerne ausprobieren aber sollte ich an spinnenaugen kommt deswegen benötige ich deine hilfe bitte holt mir die spinnenaugen von den spinnen in der jongi wüste oh nö ja doch gehen wir hin könntest du das tun ich wäre dir sehr dankbar erst versuch brauche ich ein 100 100 100 stück halte ich dachte ein bekriegt da keine in der wüste kriegst du nicht ich dachte eine 100 stück bei den bei den dingern kriegst du das nicht bei dem bot da und kriegst du das nie auf so schnell einmal noch mal da wo das blinkt an du an du ab ich dachte man kriegt das von den dingen aber er sagt von der jongi wüste und den augen wüste kriegst du da überhaupt gar kein kein monster auf was ist dein fuß jage die plünderer bitte hilfe uns unser dorf von dunklen fanatiker überfallen die die wir haben unsere vorrat der reise keksen gestohlen verzweifeln was soll wir tun was sollen wir denn nun essen kannst du uns helfen jahre die plünderer und nimmt ihre beute ab wir werden nicht reich belohnen ich helfe euch was ihr auftritt zehnmal annehmen macht das ist das speziell ding sind das ja die plünderer dunkle fanatiker das können wir ja noch nebenbei aber jetzt müssen wir so wüste einig zu wüste schlangen fällt der liebe zuschauer reingeschrieben ja ich bin mein chat klein dabei deswegen muss ich glaube so rauf so jetzt fliegen wir mal durch die ich dachte teleporter afka land der riesen ein schlangen fällt sagte der junge mann lief so monka dadurch portal und wieder zurück raus war da so ein trick oder muss ich durchlaufen die gibt es ja keine map scheiße wenn ich wo reingefangen dann gehe ich raus ist ja egal 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 doch geile geile trick ihr mensch wo sind wir es raus hier niemand und hier unten ist doch sd seine kuala doch das ist spinnen aber ich möchte jetzt einmal schnell hier reingucken ob das weil ich noch speed auf drauf habe nichts von dir direkt sd danke habe ich mit gekriegt danke danke dafür so möchte jetzt nur gucken ob ich jagd auftrag affenwerfer sang zung dong sang zung dong sang zung dong hier gibt es doch die spinnen aber ist das hier wenn es jetzt da ist kann ich schnell 45 dinge umbringen und denn zum sd dann brauche ich da nicht noch mal rein ich habe nämlich gelernt die jagd quest nähe jungsung normal ist das die in der mitte ist das doch jung song ist nun normal und das ist das schwere egal da gehe ich dann nachher zu fuß hoch gehen wir erst mal runter hier aber ich nehme das denn einmal an jagd auftrag scharf richter da waren wir vorher starke affenwerfer nach sang zung gelangst du aus der jungen wüste dankeschön für den tipp vielen vielen dank es gibt mir erst mal ein spinnen dungeon do seitdem ich hier auf dem game bin mit dem char sag ich mal kein anderen aber das ist jetzt aufregend ne schlagen wird schlangen fällt nicht schlangen fällt aber da war ja alles verflucht 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 hallo tor hoffe dass ich das mit dem eq und das packt war geil eisruhende der aura eisruhende der aura nehme ich mal auf weil ich sowas kenne ich nicht material was benötigt wird auch auf gewandt verbessern nicht schlecht schlecht so jetzt was brauchen wir jetzt hier auf fest die sechste seite uriel meint dass im spinnen dungeon aber information schwarz fixerei vielleicht da denk mal vielleicht gibst du auch den denkmal im affen dungeon zum spinnen dungeon kommt man über die jungen wüste erstmal denkmal hier ne ah da blinkt auch was aber wo irgendwo hinten war doch war doch tempel nicht tempel sondern ach baby spinne aber jung wie wüsste sagt der ne oder droppt man auch hier spinnenaugen hätte auch 100 stück hier killen können aber egal lieber nur mal sicher gehen ach da doch hey geil 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 hab ich noch gute mock denkmal hey nein komm mir noch um hier ich brauche mich ja automatisch an warte ich muss erstmal platz machen um nicht zu sterben hier ach du meine wille da sind wir noch nicht mehr bereit für muss ich nur in der ersten kammer bleiben puhr pilz so denkmal tatsächlich hier ist ein denkmal und auch eine tagebuchseite nun schnell zurück zu uriel hä brauche ich gerade keine spinnen umbringen geil einfach die seite so von der wand mitgenommen boah die bringen mich um die sechste seite haben wir du hast im spinnen ein weiteres oh nein schnell warte ich konnte das nicht lesen warte so ne so sehen wir nicht ne die kommen auch nicht mehr so was stand da du hast im spinnen dungeon weiteres altes denkmal gefunden und auch die dort versteckte sechste tagebuchseite bitte bring das zum urium zum gelehrten so jetzt geh ich aber dann zum dungeon aber krieg ich die hier so platt ja bestimmt kann man hier normal fahren aber ich habe hier keinen schaden obwohl ich ein schönes vollmannschwert habe kein schaden ist schlecht aber ich muss giftschutz haben wenn du gift hast bist du weg davos das kriegst du doch ähhh hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihım which declined stark gegen teufel stark gegen orks heftig stark gegen teufel noch mal oh wie so kriegt er mich nach aus was soll er als lieber sd2 mit feuer def lohnt sich mehr guck mal was ich für eq habe ich habe nur was ich hier drin habe ist es oder so habe ich mitgekriegt durch windstand windwiderstand zwei hand durch tp und das hier nichts das hier nichts feuerwiderstand vier prozent xp habe ich xp habe ich hier also besorgen noch feuer ja ja das ist auch so stark und tote tiere durch bohrer 27 dss auch nicht schlecht habe ich auch einmal mit so einem switcher geswitcht hier wieder raus lässt mich wieder raus hatte die ja auch in dc game ist einfach abgestürzt ist gott ist gott habe ich jetzt nämlich nicht daraus oder auf dem handy wenn du das warst geil geil so pass mal auf jetzt hier noch mal starten einfach spiel aus ein hier in die voll 49er jetzt gehen wir aber noch mal schnell in die mitte und da ist auch noch der teleporter jetzt läuft das eh hier die längst mission ist richtig nervig aber was ist zu machen ich will ja fährt mit mit skills haben eigene kraft bestärken da sind wir ja noch zwei stunden ja 45 affenwerfer ich kann nicht irgendwas anderes so einmal so hoch ja einmal hier hoch feuer sasst du auch früher ich muss auch kohle haben nicht das was uns fehlt aber 2 ktp ist wunderbar das schickste ist auch natürlich mit der zeit muss man auch die exos und so nix ja wenn ihr hier dinge braucht rotte rotte nämlich jetzt und für die märz frische karotten du hast das pferd mit karotten gefüttert bitteschön fädchen frische karotten gepflückt so jetzt bin ich mal hier hoch der teleporter müsste da sein ja wenn ihr jetzt nicht die vorherigen teile gesehen habt oder meine dings die quest für kampf graul ich habe das hier in der mitte nur hingekriegt letzte minute noch 100 stück immer ch wechseln weil die hier die ganzen flitz piepen rundherum alles wegfahren hier hattest du eine chance bessere chance dann kam das muss alle umbringen dann kommen auch wieder die mal zwei mal dreier mal hier zum beispiel einfach zurück sparen hier zum beispiel bogenschütze brauchst du bogenschütze zwei stück hier zum beispiel hier nochmal wieder also wenn ihr in der zukunft kampf graul quest machen solltet nur in der mitte hier sind denn ganz viele auch nur otm mitte auf jeden fall hier in der sicheren zone da kannst du nur die quest machen alleine aber sonst wenn du da versuchst hier draußen nämlich abzukriegen oder so das wird nichts das ist ja noch schwer schwieriger so was wollte ich rein mit pferdchen rein affenwerfer sagt er ne 45 stück starke affenwerfer ist das hier muss ja hier sein das kann ja nicht irgendwo anders jetzt sein affenwerfer hier ja zählt geil 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 okay dann haben wir das auch einfach werfer 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 böser wir brauchen stark ey der macht ja nicht fertig da brauch ich pferdchen kann ich pferdchen haben da geht auch starke affenwerfer die sind in der anderen gruppe nicht dreier sondern wenn man steht hier die ganze zeit schreibt da in gelb wo pfels tourpils ist kurz vor pferdemedaille ich dachte soldat 42 stück noch gibt es die vielleicht next map öfter hier ist ein werfer oh deine werbung nerv ach ein soldat soldat so brauchen wir nicht achten soldat auch nicht so gleich nächste map next map und dann gucken wir mal ich weiss nicht ob wir nein boah ich hab hier auch keine sterben ich hab hier auch keine sterben soldat braucht wenn ich aber sterbe nur ein prozent werfe machen hier ist noch einer ich geh schnell rüber also ich krieg das hier drachensteinschlitter die gehen sowieso bis nächste folge oder so gehen die weg da noch was 8 30 stück noch werfer 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 soo da sind die schönen werfer hey hey mach fort hotpicks ich bin gleich tot ich bin gleich dead team deathmatch 36 stück 36 stück schnäger sammeln teleporter rausholen schnäger sammeln ich hab mich nicht mehr guck mal wie spät das hier auf ist ich weiß nicht ob das natürlich irgendwas hat sie wieder runter ich wohne siehst du wie spät das ding macht kalte oh jetzt sterbe ich hier woher fährt bis drauf komm da bin nix alter da bin nix da bin nix warte rein ich bin so die Affen machen einen fertig da waren die Scharfrichter ja nicht so aggressiv sind hier aber auch welche da 36 stück starke Affenwerfer keine Werfer sind alles nur Soldaten machen wir platt 1800 glatt so du rufst zuerst dein Pferd Pferd blockiert oder so ich hab das Gefühl was war das hier Spezial Event Mission achso das war Ork ich geh jetzt Map 1 da das kommt jemand auf ich es einfach ich ich mein ich 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 das ich 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 will ja schaden machen ach das general deswegen mal noch mal noch mal ich brauche dich fertig wo bist du ja wir mal schritt für schritt weil wir nichts schaffen aber da will ich nicht noch meinen deswegen müssen wir jetzt ab durch und dann zu uriel regala haben wir unser uriel geschäft erledigt jetzt weg jetzt die richtung wir haben das auch mal gemacht mit ihnen hat sich geil dass man das noch sehen sollte hier noch eine map das für mir jetzt gerade heftig das gefällt mir ob job obo jobo die werfen hier die ganze linge hat die koppelig glaube ich gar nicht Ich weiß aber nicht, warum das schneller als mein SK ist. Böser? Doch. Stärker brauche ich, nicht böser. Böser oder stärker? Böser. Böse die andere Seite. Jetzt hängt das gerade. Das gefällt mir hier. Geil. Nein, jeder jetzt rein. Wieso pottet der nicht, guck mal, wie der schlecht pottet, oh mein Herr. Tod bin ich. Das ist glaube ich wie ein Pferdchen, das geht nicht. Guck mal was wir machen für ein Affenkram, also ich Affenkram. Ich renne die andere Seite. Warum pingt das nicht mehr ein? Klient hat einen weg, glaube ich. Klientus. Ich fange mal ein Klient hier auf. Ich fange live, ja. Klientus Koppos. Sowas ja. So, was haben wir denn da? So. Das haben wir jetzt. Wie wenig drei. Zack, 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 zack. So, es geht. Das geil. Ja, ist auch von mir. Ich habe gesagt, du. Ich drücke auf X, geht trotzdem, ey. Ich drücke auf X, geht trotzdem, ey. Richtig ping, ey. Stark Affenwert. Oh. Tick. 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 Oh. Oh, gut. Das habe ich auf Affen nicht. Ja, wird nicht. das ist wieder zu viel, jetzt muss ich wieder zurück immer zu den immer hier rüber einmal runterhauen mit 2 ss 22 22 dann haben die einfach weil die map 1 zb er hat nicht deutsch weil jetzt mit 1 seine geile map gemacht haben verbleiben, starke waffenwerfer hier, die brauchen wir egal ich glaube hier die zweite map ist ein general und so ein bisschen hart so werfer werfer weg sofort weg denn ist auch weg aber ich muss pferd weg weil ich glaube pferd stört hier deswegen nimmt er hier nicht die ganzen sachen auf was ich drück botten kommt viel zu spät schaden kommt viel zu spät durch achso kein pferd stärkeraffenwerfer stärkeraffenwerfer die brauchen wir müssen wir hier einfach ein bisschen farmen aber wenn zwei dinge zusammenkommen geht noch aber auf einer anderen seite geht das nicht böse abwerfer stärkeraffenwerfer den bogen auch 1 31 verbleiben äh kommt zurück wenn du zu weit gehst stirbst du hier nochmal wenn du zu weit gehst stirbst du wenn du zu weit gehst und zu viele mobs auf einmal kommen oh Gott geht gleich durch du kriegst die rechten mausers seht ihr das schaden geht auch nicht durch deren ging geht auch nicht durch kommen wir mit den ping testen nö guck entweder ist diese seite verpackt hier leider ist er schon die map ist richtig schlecht im moment sie leidet am meisten vor ping das macht er eigentlich selber ne ich glaub hier dass wir das durch haben 31 stück noch dann ab zu uri wir müssen zu uri wir müssen zu uri waffensoldat 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 es ist nur noch soldat und hier irgendwas ausschalten was ich in die bricht gefällt ich bin auf leistung erstmal ab ihr auch ping und raus schmiss nicht mehr geschehen geschickt doch richtig ping das ist ja nicht normal er schreibt wieder nö das ist ja nicht mehr die ganze zeit fort das geht nicht durch alle kommen auf einmal alle kommen auf einmal ha 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 ist wieder dead liegt am game das glaube ich auch klient das war ne bevor ich da haben wir doch letztens auch geschrieben gehabt da im discord äh von mt2 da discord die offizielle mt2 seite wegen server leistung oder sowas patched oder keine ahnung was haben die da nämlich auch geändert gehabt die stadt spiele da 30 stück nicht so weit weg gehen klagebuchseite kurier hier gibt uns kohle nämlich nicht guck mal das ist so ein game von mir liegt es nicht das würde es auch ausgehen guck mal ich drücke die ganze zeit fort geht nicht rechts klick einfach tot nicht jetzt wieder weiter sind nicht durch nicht durch ich dachte es vom pferdchen ich sehe es auch bestimmt von der anderen Seite aus wie so ein hacker der sich überall hin und her teleportiert los bring jetzt doch mal die die ein her ein schwarzen Nimm das Ding. Einmal raus und rein. Das geht glaube ich aber nicht. Ja, aber hier müssen wir was machen. Dauert. Dauert. Dauert, dauert. Pot, pot, pot. Ich mach jetzt einmal klären zu. Nochmal neu. Komplett beenden. Ist nicht so. So. Wer folgt. Jetzt gehen wir mal rein. Zack, sofort rennt. Okay. Oh ne minimap stand da. Das müssen wir noch ändern. So, gepottet sofort. Okay. Okay. Jetzt müssen wir Jagdauftrag 30 Stück bestätigen. Ja, geht. Okay. Okay. Hat was gebracht. Liebe Leute. Das wird vom kompletten Klient. Klient. Hat was gebracht. Sofort durch. Oh, hätte ich das nicht so laut gesagt. Oh, hätte ich das nicht so laut gesagt. Okay. Hier braucht ich keinen. 29. Wie heißen die nochmal? Schlagge Affenwerfer. Ich muss in Map 2 eigentlich. Also mehr. Ja. Äffchen da. Äffchen sag ich schon. Main. 24. Kisten. Da ist mich weg. Fort. Das muss hier sofort gehen. Sonst kann ich hier nicht. Bleiben. So. Jetzt werden wir langsam träger. Aber ich schicke mir einfach. Äh, mein. Dings weg. Pferd. So. So. Hier bleibe ich jetzt so langsam. Weil es sich jetzt gleich staut. Wollen wir den Beträger. Mit der Zeit. So. Was brauche ich noch? Das ist ein starker Affenwerfer. Dass wir den General oder so. Aufpassen. General, du machst Schaden. Es geht's. Wенно so, damit die durchkommen. Normale. Oh. Auf einmal kommt deren Schaden durch. Stufe 4. stufe 4 erst einmal jagen wird wohl vom äffchen wo hat er das denn her so die muss man zu stück stunde und dann haben wir das und dann die sechste seite in dem quest ist die blöde in dem quest es kommt genau zweimal vor mir ja was 2k die äffchen erstmal stärke körper 26 stärke 20 stück bleiben 25 ich hab geputtet das ist ja auch einmal durch langsam so habe ich einen mitgenommen 24 20 fertig und hier in der uhr 2 also eine zweite kammer ok sofort ein klick und sofort an weg weg je mehr affen da sind desto mehr hängt die engine ich drücke jetzt macht er nichts mehr hier rüber da mensch wer jetzt so viele wieder spiel hallo so tot er zeigte mich als er der hacker ist nicht tot ja ich glaube ich aus wo er lockt sich aus er ist so fähig ich kann doch hier bleiben die anderen ab und die machen probleme aber hier sind die wer hier sind ja nicht die werfer da ich brauch die werfer oder die zweite seite ist kaputt und diese fort der shop stört das aber jetzt läuft er nicht mehr hier ist einfach an die andere seite hier schreibt oder auch nicht aber egal wenn ich mit pferd gleich sterb die engine kriegt nicht gelacht jetzt wieder ich habe keine ahnung wo ich bin so schlecht ich bleibe jetzt hier ich kann nicht in die zweite wenn ich in die zweite kommt dann krieg ich da welche aber oder so geht er auch dinge rein aber hier gibt es ja auch schon weniger als weger besser als das andere das hängt ja nur 23 hier rein Hier nimmt er das nicht mal an. Guck mal, der Hensch mit mehreren Affenbonus nimmt er das nicht mal an. Guck mal. Guck mal, der Hensch mit mehreren Affenbonus nimmt er. Hier ist er das nicht. Hier ist er das nicht. Hier ist er das nicht. Jetzt ist er die Hälfte. Hallo? Ach komm, wie ein Mithinstein. Oh Junge, gib doch einfach für den Fliegel. Quer drauf, ausloggen, ich gehe mal in den anderen um den TH. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt haben wir hier einmal... ...netzwerk gernert. Kommt man auf das Internet vielleicht? Oh. Böse brauchen wir. Böse, stark brauchen wir. Stärke, stärke. Dann brauchen wir natürlich viel Internet. Jeder schlagt, muss durchgehen. So. Last try hier. Was wir jetzt hier hinkriegen. Jetzt hier nicht durch hier. So. Starkaffensoldat. Starkaffenwerfer. Starkaffenwerfer ist hier. Jetzt geht das dann, bleiben wir sonst hier auf der Seite. 21 Stück. Oh, ist da. Hey, was soll das gleiche? Einen fertig machen. So. Jetzt, jetzt, jetzt. Sonst war der Wurm drin. Und jetzt raus. 19 Stück. 19 Stück. 19er, 19er, 19er. Ja. Zieh mir das durch hier jetzt. Das haben wir denn gleich. Ja. Das ist egal. Das ist jetzt vom Dings hat geholfen, du. Ey. Das ist vom Ding hat geholfen, aber er ist gar nicht mehr da. So. Wie viel haben wir noch? 18. Oh, der kann hier gehen. Sterbiger. Ist wieder zurück hier. Oh, schön, du. Kleine Minimap. So. Was haben wir hier? Da haben wir alles. Tagebuchseite. So. Und jetzt keine Sorge. Kommt ja auch mal wieder. Sonst kommt ja auch mal so viel. Los Leute. Ich brauche nur noch 18 Stück. Und dann. Haben wir das geschafft. Ja. 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 Jetzt haut er überall schön. Einmal wieder Klienten. Zugemacht. Aufgemacht. Keine Ahnung. Was er versorgen hatte. Sechzehn Stück. Stärker. Ja. Ja. Ich brauche mich. Das Gefährliche ist, dass ein paar Sekunden einfach SK fehlt. Fehl. So. Ich gehe jetzt einfach weiter. Oh. Ne. Die sind stark. Generäle. General. General. Ich gehe wieder zurück. Was kostet Elevantara? Versuch. So. Und mal wieder eine schöne Truppe hier. Guck. Nehmt ihr sofort an. Okay. Hat geholfen. Das hat sehr gut geholfen. So. Ey. Einfach Dings leer. Oh nein. Jetzt geht das los. Bitte. Gib alles ab. Was ich hier. Was ich hier habe. Einfach Steinspieler. Wollen wir nicht. Aber. Gib nicht mehr mit. Weil die sind sowieso nichts. Das Ding ist nicht mehr da. Weil die ablaufen. Die haben Ablauf. Falls Datum. Ein. Zwei. Drei. Starkwerfer. Zwölf. Oh. Da kann ich doch nicht hin. Denn. Teleportiere ich mich wieder hin und zurück. Hin und zurück. So. Werfen noch einer. Zehn Stück noch. Komm. Zehn. Ich werde noch ein Stück hochgehen. Oder sterbe ich gleich. So. Wenn der so läuft. Muss ich das geben. Ich hab Angst. Boah. Du sollst die Richtung. Du sollst die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Neun Stück. Neun Stück. So. Neun. Letzte. Dann haben wir unsere Mission geschafft. Dann ist die Jagdmission am Ende. So. Komm her. Generalo. Die Kämpfer sind ja nicht so schwer. Die gehen ja sofort. Die Generäle. Die haben Schaden. Die haben Schaden. die. Die sind. Die sind. Ey. Die Generäle. Och. Mann. Ich hab doch da auf Skills geschmissen. Mann. Bobby. Wir wollen einfach in die andere Seite, sofort in die andere Seite, weil da sind noch 9, 8 Stimmung. So. Du Böder Generale, ey. Na kein Wunder, guck mal was er macht hier wieder. Komm, ey, die 8 Dinger müssen wir durchziehen, denn hier haben wir das geschafft. Guck mal, der verteilt Kaiju, eh, allerdings, ich küsse hier nur. So. Ich warte mal nicht mal hier, sondern so ein bisschen hier. Die Shop will unbedingt, dass ich da raufgehe, ne. Acht Stück noch, komm. Jetzt schauen wir noch und dann sind wir fertig. Bei der Welt. Wer verbrochen wir, ne, ja. Was war das? Drei, was ist denn? Oh, wir wollen unbedingt, dass man Skills einsetzt hier. Die Generale, die haben Power. Schnelles Gar, schnelles Gar, schnelles Gar, schnelles Gar. Schnelles Gar. Schnelles Gar. Schnelles Gar. Guck mal, der war tot, wiederbelebt. Wiederbelebt einfach. Was ist das? 50er. Ist das gut? Fächer? Oh, das ist noch ein General. Mal. Ja, so kann ich die wegfetzen. Oh, ne Pott rein. Das waren nur jetzt Dinger. Ja, sieben Stück. Nein. Sieben Stück. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Oh, wieso habe ich immer wenig TP? Jetzt kommen die Generale. Jetzt muss ich wieder so machen. Die Generale wollen unbedingt vom Pferd umgebracht werden. Wenn ich runtergehe, will ich sofort weg. Ich mach' jetzt. Ich spiel' nicht mal rum. Ich stirb' jetzt. Ich brauche sieben Werfer. Komm. Das ist doch nicht so schwer. da ist das schwer für euch general habe ich keinen bock drauf da werfer werfer komm es kreis gar magisches kupfer erst das hat mir mal hoch gehoben ich weiß nicht das braucht man für dings bestimmen für gillie ist nicht irgendwas für gillie fünf stück kämpfe 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 kaum fünf stück ich bin auch hin general 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 ich glaube für gar ja kann auch gar verkaufen war ja aber auch dieser andere shop glaube ich oder so kämpfe 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 jetzt erst mal an was mich fähig was mich fähig mit ihnen was mich fähig was mich fähig bist fertig mit der welt du machst mich fähig liebes blick um mich fähig wer verkauft kämpfe nur noch kämpfe ja kämpfe können wir ja so aber generelle so kämpfe 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 soll das soldat werfer schriftgrillie ist sie habe ich was das machen sagst du beim schmied war warum verkauf ich die immer das was ist das nicht gut ist das nicht schlecht mag ist es gut beärzt ich sehe das in der ecke nicht schriftgrillie des kriegers 0 bis 4 hundertprozentig sachen plus 4 hundertprozentig kann ich ja hier ebis plus 4 machen nein ich weiß ebis ebenholz falzkette ebenholz ebenholz ohrringe so vier stück noch hier sind die kämpfe ich gehe mal sofort rein alles nur kämpfe die könnte ich so aber generelle da habe ich respekt die machen schaden die heißen nicht umsonst general wenn du high eq up ist es gut aber so low level nicht lohnenswert ja ok high eq hast du recht muss ich erstmal hinkommen ich da hingehen nee er kommt ja schon einer nur ah ist ein werfer auch noch mit bei vier stück noch ohr geil alle getroffen so nein wollen wir nicht was ist das hier werfe auch noch mal aber zweimal ohne general ich hoffe es kommt kein general dann bin ich platt wir wollen auch da angreifen einen noch komm yeah geschafft jetzt kommen wir hier ab ey hör auf hi eq hast du recht eq muss ich erstmal auftrag 49 belohnung elixier der sonne ein stück 80k 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 jetzt könnt ihr mich umbringen jetzt krieg raus cool weg natürlich oh jetzt kann ich mich nicht bewegen egal wir müssen jetzt zur map 1 und wir haben es geschafft die sechste seite irgendwie wüste sind wir noch in der mitte können wir teleporter zum map 1 fliegen teleportieren oh je nein 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 ich hab gar kein leben oh scheiße entschuldigung wollte ich nicht sagen oh ich kann jetzt nicht hier drücken denn wenn 5% weg ist oh nein oh er hat mich einfach aufgebracht oh jetzt muss ich so laufen oder teleporter ne dann muss ich auch zum teleporter hier ist der teleporter ne hör auf oh er hat mich einfach überrascht alter hör auf ohne pot dachte ich ja ich lauf da hin und wie viel minus hatte ich gibt es nicht mehr minus wa ne also gehen wir hier schnell hin könig ne wie heißt das ich konnte nicht mal seinen Namen Schildkröte oh Schildkröte suchen die die nicht normalerweise oder greifen wir hier die ganzen botte auch noch an und dann ist er einfach weg ja Schildkröte boss ich glaub normalerweise sind die Items was wert oder so ne hey warte mal ich hab mich falsch abgebogen aber egal nimm ab Items mit ne ich bin Gift sack die kann man sowieso nicht Pfirsich Blüte nicht ich hätte von da oben rein gehen muss aber egal aber ich hab Angst dass ich da in die Krüde rein fahre Free Young ja bloß ich hab lang genug im Dings hier gemacht wie heißt das Heu kann ich mehr nehmen Heu ist immer gut für das Pferdchen Dürrenplatten Handzeichen kann daheim mit 2k tp oder so sein guck mal hier alles Alter oh die Leute du rote Geschenk hab ich eben gesehen hier wo war das Speck das ist doch hier Helm ne Juuu 12% geil was geil ist auch 21 death ist schlecht aber 12% death hierherdings ist gut tp regeneration ist das nicht wenn ich äh wenn ich pote das ist schneller 12% schneller hab ich das nicht richtig im Kopf tp regeneration doch musst du doch sein oder so ne müsste sein müsste sein müsste sein doch 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 ich glaub das dran oder oder vom alleine also ja sind aber nur wenige hundertstel meinst du ich bring nichts was wo ist der König muss ich wieder hingehen ne ne mach mich fertig aber ich will mal gucken welchen Level er war ich konnte das gar nicht sehen ne ich will nur gucken aber ich geh mal sicherheitshalber hier lass mich weg 67 ich weiß es nicht er war hier ist einfach weg der ist weg spawnt einfach irgendwo anders wenn jemand umbringt er soll mich jetzt nicht einfach oh das er oh nein das er große wie heißt er man bleibt stehen große wüstenschildkröte yeah 67er boss was hat er nebenan wüstenband das hat er ich hab dir nichts getan bring mich nicht um 67 jetzt wollen wir die Mission beenden dann haben wir das geschafft für heute einmal nimm ab 1 bei einer hauszeit darf nicht was macht der hauptmann hauptmann aber ist noch nicht dran oder hauptmann ist glaube ich noch nicht neben quest ne jetzt machen wir hier einmal runter vor den Uriel vor Respekt so lieber Uriel wie war der Spin Dungeon hast du die sechste Seite gefunden das ist ja fantastisch ich habe mir schon Sorgen gemacht dass du zu spät kommen könntest man hört immer wieder von anderen Leuten die ebenfalls nach den Geheimnissen der schwarzen Hexerei suchen das scheinen sehr wichtige Informationen zu sein schauen wir mal was uns diese Seite bringt oh je die Seite ist sehr schlecht zu lesen dafür werde ich wohl länger brauchen aber es sieht sieht wichtig aus diese Zeichen hier bedeuten bedeutet schwarze Hexerei wir sind also auf der richtigen Spur ich möchte zu gerne wissen warum die schwarze Hexerei verboten ist das hat sicher einen guten Grund während ich während ich diese Seite übersetze kannst du zum Musiker Huang gehen ich habe gehört er hätte interessante Informationen für die Suche für unsere Suche wenn du wiederkommst kann ich dir sagen was hier auf der Seite steht deine Belohnung sollst du aber natürlich jetzt schon bekommt 3 Millionen Erfahrungspunkte 75.000 Jahren du hältst ein Segen des Drachen Segen des Drachen Segen des Drachen ein Segen des Drachen TP und MP Augenblick vollständig regeneriert machst du ehrlich alle Quests na also alle die nicht nicht alle aber auf jeden Fall die Hauptquest Hauptquest ist wichtig neben Quests manche lohnen sich hier nicht wie zum Beispiel 100 mal Ork umbringen oder hier irgendwie Tiger Leibnich hier vom Tiger das muss ich Offstream irgendwie machen nicht Onstream das dauert ja viel zu lange Jage die Plünderer das ist Event Mission habe ich mitgekriegt und Biologe ist klar mal 6 Stück haben wir abgeliefert heute Waffen für Junghelden das ist ja nur die Waffe sonst die habe ich keine Power da Macht des Auges Alarm Zodiak muss auch Zodiak Tempel Hilfe für Lageverwalter das ist auch Affenlord ich komme nicht mal die erste Map da Affenlord umzubringen also alle schaffe ich glaube ich nicht aber die wichtigsten möchte ich gerne mitnehmen Hauptquest mitnehmen Jagdaufträger auf jeden Fall ja zwei Kugeln schon fast voll wieder kurz vor 50 65 so können wir hier nochmal Fertigkeitbuch lesen ne morgen gut haben wir doch noch was geschafft dann hast du noch einiges zu tun ja ja deswegen ich mache immer ganz langsam immer ganz schön langsam und dann hat man auch Spaß deswegen ich bin jetzt auch noch am Pferdelevel aber durch die Level 2 ihr Level Map 2 Potter ist das bisschen schwierig jetzt die Monster nach Bo zu finden da habe ich noch bisschen struggle was ich da noch nochmal versuchen muss offstream aber ansonsten die Hauptquest nächstes mal machen wir nämlich hier äh geht zu Ho Wang der Musiker Ho Wang hat vielleicht Informationen über die alten Tagebuch suche ihn auf und frage ihn danach das machen wir im nächsten Stream im nächsten Teil hiermit bedanke ich mich die hier fleißig zugeschaut haben und fleißig mitgemacht haben und mir sage ich mal mich aufgebaut haben dass ich hier nicht verloren mich abdem ich verloren habe sehr herzlichen Dank für jeden Follow und Abo danke ich sehr herzlich hier bin ich erstmal raus bis zum nächsten Teil euer TheKing hier sind wir jetzt raus bis zum nächsten Teil bis zum nächsten Teil